Und ein Cabriolet. So, jetzt können wir gucken, welche Nummer. Aber gehen wir hin. So, das müsst ihr jetzt ruhig sein, oder? So, jetzt unser Kneipe, ja. Unsere Kneipe nicht zu vergessen. Unser Pack, jawohl. Hier mit vertreten. Wunderschön. So, das Zugverkästle, da in Zwarträgen. Jawohl. Und... So, jetzt haben wir den Kleingartverein. Und wir wollen den Kleingartverein. Und wir wollen den Kleingartverein für den Grund. Aus Talent war wir in den Kleingartverein. Sehr schön. Ihr seid ja richtig aktiv. Mensch, sehr schön. Ja, wir sind ein bisschen lauter wie alle anderen. Wir sind ja landartig. Steht sogar dran. Ich grüße euch den und ja, da was ihr. Ihr seid mit dabei. Das ist schön. Das ist sehr schön. Vorher unsere Rock-Gruppe aus Dandenbrunnen. Sehr schön. So, wir haben ein paar schöne Trakturen. Jetzt dabei. Ja, unverwüßtlich, ne? Solche Exemplare. Ich weiß nicht. Nee, war immer. Ja. Und natürlich wunderschön auch an die nächste Schau. Grundsch пожалуйста. Kostüm in die B τη H. Aus der�, der glare es geben. Die sind relativ weit vertreten. Mit dem name im Aftis De Hirt. mit Krakon von Rote von Estan also Wundetanel ist egal hier mit dabei da waren auch viele Handwerke Aber Rokus, die gute alte wirklich robust und unverwüstlich wir gratulieren zu 900 Jahre Daniel Maslin Jawoll, sehr schön gute Nacht und sehr schön Karnevalsverein unser Karnevalsverein willkommen und natürlich unsere Projekts die 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 Vielen Dank. Und hier grüßen wir unser Führer 1A. Wir bringen Bahler auf den Markt in die Söhne 1A und natürlich gleich in Branden. Und hier ist unser Führer 1A.